Kai sagt 3 zu 4 Okay, auch interessant Kai, welche Pillen nimmst du? Komm, komm, Yokota Jaaaaaa Hans liegt Oh je, tut schon weh beim hingucken, ne Egal, weiter, komm Ja, wenn man keine Elfmeter schießen kann, dann schießt man sie so Nein, 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 nein Komm, Zimmer, bleib dran, ohne Foul, ohne Foul, ohne Foul Nett schießelosse Ich könnt doch kotzen Mann, 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 Mann Alter, Digga, jetzt sei mal wach Komm, Zimmer, komm ganz rechts raus, Yokota läuft schon Zieh ab Jaaaaaa Jaaaaaa Geiles Ding Vor allem ganz stark vom Zimmer Alter, geht 80% aufs Zimmer Keine Chance Alle auseinandergenommen da hinten drin Ah, geht es ab, das Ding Nein Nein Geil Geil Den Tor hat schön hops genommen Geil Den muss er haben Wie schlecht bist du dann So, Ecke, Balle Jaaaaaa Bist du des Wahnsinns Was ist grad hier los Wo ist eigentlich Stüsseldorf grad Oh ja Oh ja, den macht er gut Wir haben Kai ausgelacht, ja Jaaaaaa Flipwunsch Kai Wahnsinn GG 3 zu 4, Junge Kai auf Platz 1 jetzt oder was Leute, Leute, Leute Was für ein Spiel Ja, gehen Lotto spielen, Junge So, wir sehen uns Da gehen wir jetzt rein Der Eddie 5 An 0 2 3 fucking 1 Ich schuld, ich schuld, ich schuld, ich schuld!